Heute verwenden wir nur dieses Bill, denn jetzt gilt es. Leute, alles andere stehen und liegen lassen. Wer das jetzt nicht tut, der verpasst die große Chance. Jetzt gilt es. Die Partei WIR 2020 hat die Gespräche aufgenommen mit den Next Scientists for Future vom Weltrat. Den 23 Professorinnen und Professoren inklusive der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin. Und zwar hier, man findet das hier zum Beispiel in Playlist Nummer 3. Am Anfang auf Position 4 finden Sie Termin 12. Die Sendung hat mittlerweile insgesamt auf verschiedenen Sendern um die 100.000 Klicks erreicht und tausende an Likes und so weiter. Und hier ab 1 Stunde 47.22 geht es los mit Next Scientists for Future und Dr. Wolfgang Wodag im Gespräch über die Zukunft auch des Gesundheitswesens und der Gesellschaft sozusagen. Und dann auf, ich gehe gerade mal hier hin, jetzt klicke ich mal hier drauf. Jetzt müssten sich die anderen Playlists zeigen. Jetzt gehe ich mal hier auf die Playlist Nummer 4. Hier, da finde ich einen anderen Sender mit der Sendung vom Corona-Ausschuss und finde in der Playlist, wo ist die Playlist, da nochmal die Sendung, aber jetzt am Ende der Playlist, eben hier, da finde ich doch die Sendung ganz am Ende, die Nummer 18, der Playlist Nummer 4, da finde ich die Verhandlungen, die erste Aufnahme von Kooperationsverhandlungen zwischen dem in Entstehung befindlichen Landesverband Hamburg von WIR 2020 und dem Next Scientists for Future vom Weltrat. Und das ist das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, denn wir können damit erreichen, sozusagen, jetzt Riesenchance auf 15 Prozent. In einer simulierten Bundestagswahl hatten die Next Scientists for Future 56 Prozent der Wählerstimmen erreicht mit ihren 20 Reformen. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, das jetzt bei der Bundestagswahl jetzt schon zu realisieren. Seien wir mal vorsichtig und sagen, 15 Prozent von diesen 56 Prozent müssten drin sein, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen. Also nicht mehr jeder sein Süppchen für irgendwas, sondern wir müssen jetzt Deutschland verändern. Und vergessen Sie es, alle vernünftigen Leute, die nicht völkisch sind, und die nicht nationalistisch sind, hören Sie jetzt auf, die AfD als Ersatz-CDU zu wählen. Sie haben jetzt WIR 2020, da ist die Vernunft, die große Vernunft und die große Reformkompetenz. Also alle vernünftigen, die Rechtsradikalen wollen wir nicht, aber alle vernünftigen AfD-Wähler, bitte WIR 2020 wählen, alle anderen auch und so weiter. und wandert ab von den Altparteien hin zu WIR 2020. Bodo Schiffmann ist zwar nicht mehr Parteivorsitzender, aber wir hoffen doch, dass die Parteien dann nochmal registrieren, reaktivieren kann als Spitzenkandidat mit seiner Popularität. Und jetzt haben wir die Chance. Also jetzt alle Energien bündeln, mitregieren im Bundestag, Koalitionspartner WIR 2020. Und dann wird die Diskussion so laufen, dass die anderen Parteien aus Vernunft einsehen, dass die 20 Reformen mit dem Potenzial von 56 Prozent der Wähler sowieso das Beste für alle und für Deutschland sind und auch für alle Politiker sind und so weiter. Und von daher wird es in einem Koalitionsvertrag sehr leicht dazu kommen, dass sozusagen die großen Parteien, die dann in dieser Koalition mitwirken, sozusagen vieles übernehmen von dem kleinen Koalitionspartner sozusagen. Also nochmal, das sind auch mögliche Überschriften für nächste Sendungen alles. Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodak unterstützt jetzt sofort alle, wir 2020 Bodo Schiffmann 15 Prozent plus mitregieren, darum geht es jetzt. Und alles andere ist nur leeres Gerede und sinnlose Zeitvergeudung. Es wird gar nichts bewirken. Ich habe auch eine Mail rumgeschickt, wir haben ans Quartett von Servus TV. Servus TV ist der beste Fernsehsender Österreichs oder des ganzen deutschsprachigen Raums mit der Sendung Talk im Hangar 7 und jetzt sogar mit dem Corona-Quartett, sozusagen mit Professor Bhakti und Professor Stefan Homburg. Leute, da gilt es jetzt sozusagen, auch diese Sendung wird nichts Großes bewirken, wenn sie nicht auch jetzt anfängt, über die politische Zukunft Deutschlands zu reden und dann soll sich schnellstmöglich in Österreich ein Ableger von Wir 2020 bilden und in der Schweiz auch und dann kriegen wir die sensationelle Lösung hin. Wir haben ja sozusagen Wir 2020 auch empfohlen, damit es nicht so sektiererisch und einseitig aussieht, als würden wir auch jetzt wieder nur, als würde nur, wieder nur Drosten, Bieler und Lauterbach gehört werden. Auch die Gegenseite muss gehört werden. Also sozusagen, wir haben empfohlen, laden Sie auch zu den Gesprächen dazu die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, laden Sie dazu das Thema Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Bürgerparlamente und so weiter dazu, damit wir von den Next Scientists for Future und dann laden Sie die Volksentscheidsvertreter mit dazu und mehr Demokratievertreter zum Gespräch, damit wir dann argumentativ aufweisen können, warum all diese Ansätze mangelhaft sind und nicht zielführend sind und auch keine Umsetzungschancen haben, im Gegensatz zu den 20 Reformen der Next Scientists for Future. Aber suchen wir den Dialog mit allen Richtungen, Liebe Partei, wir 2020, lieber Bodo Schiffmann, das muss verhandelt werden und ausverhandelt werden, sodass wir ein für alle mal sagen können, wir haben jetzt die Partei mit dem Parteiprogramm, wo wirklich 56 Prozent aller Bürger voll dahinter stehen können und sozusagen und haben dann vielleicht auch die alternativen Konzepte auch noch einmal grundsätzlich und richtig in Frage gestellt. Also alle Corona-Nachdenklichen jetzt mitregieren, mit wir 2020, Bodo Schiffmann, alles andere ist Zeitvergeudung oder Zeitvergeuden. Also Schluss jetzt mit all dem Gelaber und Gerede und mit all den Sendungen des Internetfernsehens, wo sich so viele Leute gerne selber reden hören, die in Wirklichkeit überhaupt nichts zu sagen haben, weil sie nichts können und nichts wissen. Alles bündeln jetzt auf die eine Lösung. Wir 2020 mit hoffentlich dann Spitzenkandidat Bodo Schiffmann und mit den unabhängigen Beratern nextscientistforfuture.de plus Weltrat. Also das ist der Weg. Und jetzt haben wir nur noch ein paar Kurznachrichten. Ich wechsle heute ganz bewusst das Bild nicht, denn das soll das Titelbild werden von YouTube, sozusagen erkannt werden. Jetzt nur kurz Nachrichten, weil das Wichtigste habe ich gesagt, Marktversagen, freier Markt versagt immer. Ja, also da gab es eine Sendung über Marktversagen, es sei doch kein Marktversagen und so weiter. Ganz grundsätzlich, freier Markt, Sie brauchen ja nur lernen, was vorteilbringende Irrtümer sind. Zum Beispiel Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer bei Corona sind vorteilbringende Irrtümer. Und wie jedes unserer gesellschaftlichen Systeme im Moment vorteilbringende Irrtümer hervorbringt. Wenn Sie das verstanden haben, haben Sie alles Wichtige, Neue verstanden, was nach über 50 Jahren sozusagen der Weltrat einbringt, sozusagen, nämlich freier Markt versagt immer, weil er notwendig zur massenhaften, durch Seuchung der Gesellschaft mit vorteilbringenden Irrtümern sorgt. Und damit ist alles gesagt, freier Markt muss immer versagen. Marktelemente, gelenkter Markt im Gegensatz zu freiem Markt, das ist immer was, worüber wir jederzeit nachdenken können, aber niemals ungelenkter Markt. Also freier Markt muss beendet werden, gelenkter Markt wird gezielt eingesetzt und zum Vorteil aller eingesetzt. So, dann haben wir das, das hatten wir schon erledigt. Ja, dann war eine Sendung auch wieder über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ist ja dann immer auch in allem unrealistisch leider, über den Lebensverlängerungsunsinn über 127 Jahre hinaus. Also noch einmal, sterben ist wichtig und gut, weil ein Organismus, der zu lange lebt, seinen Nachkommen irgendwann anfängt, Schaden zuzufügen, durch sein weiter Leben und weiter Nahrung verbrauchen und so weiter. Insofern ist es genetisch von der Evolution, wird immer wieder ein sinnvolles Sterbealter eingestellt und das dürfte auf keinen Fall wahrscheinlich über 727 liegen. Ja, weil das den Nachkommen, den Erben schadet und so weiter, weil die dann sozusagen auch karrieremäßig, beruflich sich nichts mehr aufbauen können, weil ihnen das Erbe, das rechtzeitige Erbe fehlt und so weiter. Also insofern dürfen die Menschen zwar 127 werden, aber drüber hinaus ist wahrscheinlich genetisch auch unter den heutigen Evolutionsbedingungen einer modernen Gesellschaft nicht sinnvoll. Alle Bemühungen diesbezüglich sind einzustellen, sind nur Geschäftemacherei einer fehlgeleiteten, von Fehlanreizen fehlgeleiteten Medizinindustrie. Ja, deswegen, nochmal das große Stichwort, freier Markt versus gelenkter Markt. Also auch das können Sie sich merken neben dem Begriff vorteilbringende Irrtümer. Ja, ja, Schäuble spricht über Bürgerräte, aber die haben dann letztendlich nichts zu sagen und sind dann bedeutungslos, ja. Das ist sozusagen, und alle Bürgerräte, die etwas zu sagen hätten, das werden die Politiker zu verhindern wissen, weil es ihnen keinen Vorteil bringt. Die Reformen der Next Scientists for Future, die 20 Reformen, bringen ihnen Vorteil. Also die Einführung der Wohlfühlstimme, die drastische Erhöhung der Diäten, der Politiker und so weiter, die die wegfallenden sonstigen Vorteile sozusagen. Wir müssen uns ja klar sein, ein Politiker, der im Moment Karriere macht, der hat zu Recht im Moment die Erwartung vieler finanzieller Zuwendungen und Gehälter jenseits der politischen Diäten und der Aufwandsentschädigungen. Und diese Summe, die will er ja nicht verlieren, diese Gesamtsumme aller Vorteile. Und deswegen müssen wir ihm nicht nur tausendmal mehr Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude und tausendmal mehr Langlebigkeit geben, sondern auch viel mehr und viel höhere Diäten. Das würde sich dann auch, das hätte hinterher auch keinerlei Problem mehr, weil dann nämlich, wenn dann die Wohlfühlstimme eingeführt wird, müssen wir zwar pro Parlamentsmitglied in den Landes und in allen Parlamenten viel mehr Geld ausgeben, vorübergehen. Das geht aber schnell vorbei, weil dann die Politiker so vernünftig sein werden, dass wenn ein Kollege in Rente geht sozusagen, dass dann entsprechend dieser Zahl dann die Größe des Parlaments Schritt für Schritt verkleinert werden wird, weil es ist ja für den einzelnen Politiker, der noch im Dienste ist sozusagen, nicht wichtig, dass dieser Posten neu besetzt wird durch einen anderen Politiker, der dann auch wieder viel Geld zu bekommen hätte, sondern es ist für die Erziehung besserer Wohlfühlstimmen in seinem Bundesland zum Beispiel viel wichtiger, dass das Parlament kleiner wird und billiger wird und dafür können ja ruhig alle anderen sozusagen Parlamentssitze nicht mehr neu besetzt werden, solange er seinen eigenen und seine eigenen hohen Diäten und seine eigenen hohen Altersbezüge unvermindert behält. Nun, diesen sauren Apfel müssen wir beißen, denn sonst werden die großen Parteien als Koalitionspartner nicht der Einführung der Wohlfühlstimme und der anderen Reformen zustimmen, wenn sie nicht selbst eine individuelle, positive Zukunftsaussicht haben und wir ihnen diese nicht bieten können. Und das ist ja auch der große Nachteil von so Dingen wie Bürgerparlamenten und so weiter, weil in dem Moment werden Politiker bedroht in ihrer individuellen Existenz und damit werden sie das immer ablehnen. Ja, und vielleicht dann noch zum Thema Krankschreibung. Wir erinnern uns ja an das Phänomen Fußball-Weltmeisterschaft. Herr Doktor, ich möchte gern zwei Wochen für die WM krankgeschrieben werden. Ja, mache ich. Ich will sie ja nicht als Kunde verlieren. Ja, da müssen wir das halt auch in Zukunft so machen, dass der Arzt die Hälfte der Kosten trägt, die entstehen, also für den Betrieb entstehen durch zwei Wochen eigentlich unerlaubter Krankschreibung so und so viel Kosten und davon trägt die, bei jeder Krankschreibung trägt die Hälfte der Kosten der Arzt von seinem Etat aus und verliert dann also Geld. Ein Hausarzt oder Hausarzt, Gesundheitskommunenteam sozusagen verliert dann viel Geld, wenn sie illegalerweise Krankschreibungen machen. Ja, also wir haben Politikern bisher erlaubt, sehr gut zu verdienen und das dürfen wir jetzt nicht runterfahren, sondern wenn wir sie gewinnen wollen, müssen wir das leicht hochfahren, sodass die Politiker sozusagen einen guten Grund haben, den Reformen von WIR 2020 beraten, durch die Next Scientists for Future vom Weltrat sozusagen zuzustimmen. Ja, ich glaube, das war jetzt alles für heute. Das ist jetzt der Punkt. Vergesst alles Unwichtige. Jetzt gilt es alles konzentrieren auf WIR 2020. Ich habe selbst in der Partei, können Sie Landesverbände innerhalb von Stunden begründen. Sie brauchen, glaube ich, nur drei gültige Unterschriften als Dokumentation der Gründungsversammlung sozusagen. Sie brauchen eigentlich nur drei Personen, die unterschreiben und dann können Sie ruckzuck 16 Landesverbände gründen und dann können Sie sofort mit der Unterschriftensammlung beginnen und die Unterschriftenformulare beantragen und so weiter und dann los geht's mit Unterschriften sammeln. Das dürfte ein Klacks sein. Das müsste irgendwie internetmäßig regelbar sein, dass jeder sich das runterladen kann, ausdrucken kann, zuschicken kann und dann geht's an die Einwohnermeldeämter zur Bestätigung der Unterschriften und der Gültigkeit der Unterschriften und dann dann geht's richtig los und jeder Internetsender, der was auf sich hält und über Corona-Nachdenklichkeit berichtet hat, muss Leute einladen. Bodo Schiffmann einladen, Next Scientist for Future Weltrat einladen und vielleicht noch konkurrierende Konzepte wie die Gemeinwohlökonomie und dann heißt es Reformen durchdiskutieren, sich gegenseitig sagen, wo man denkt, dass Fehler in den Reformen sind. Und die Reformen, die am Ende da stehen, müssen brillant und mitreißend sein, sodass wir den 56% so nah wie möglich kommen und wenigstens dann auf die 15% kommen und es muss im Internet 20 Millionen Klicks geben, damit die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender nicht mehr an wir 2020 vorbeikommen und dann muss es weitergehen und weitergehen und weitergehen. Und dann die Wahl, dann vielleicht die nächste Wahl, dann die nächste Bundestagswahl, dann wir 2020 mit 56% und Bodo Schiffmann als Kanzler. Alles klar, bis bald. Also mach das Wichtige und lass das Unwichtige.